Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 26. März 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 977. Heute mit den folgenden Themen. Monopolvorwürfe Spotify, Outlook, Debian, Qualcomm und Stadia. Ich beginne gleich mit den Monopolvorwürfen in Richtung Apple. Es geht um die, in dieser Woche schon mal erwähnten Klagen, die aktuell in Australien durchgegriffen werden oder bis gerade vor Gericht sind. Und da hat sich jetzt Apple zu Wort gemeldet und meinte, dass es gar nicht so sei, dass Apple eine Monopolstellung hat mit ihrem App Store. Man könne, und damit meinten sie Epic und auch andere, die vielleicht motzen möchten, auch mit den sogenannten Progressive Web Apps ihre Apps auf ein Smartphone bringen. Google macht das zum Beispiel so mit Stadia. So kann man über den Browser Stadia Spiele spielen. Und das könne ja jeder andere Hersteller auch machen, wenn er dann möchte. Und da seine eigene Bezahlschranke einführen, etc., etc. Man müsse ja nicht, oder man ist nicht gezwungen, den Play Store, den App Store zu nutzen. Grundsätzlich hat Apple da recht. Und ja, wieso nicht? Wenn Epic unbedingt möchte, dann sind sie genau die Dinge los, die sie haben möchten. Sie haben keine Kontrolle mehr, sie haben keine Abrechnung, die sie über Apple abwickeln müssen. Sie haben keine 30 Prozent, die sie an Apple abgeben müssen. Eigentlich alles, was sie möchten. Nur eben, man weiss ja, und das hatte ich ja diese Woche schon, dass mit Epic und den eigenen Lösungen nicht ganz so sauber funktioniert. Vor allem was den Punkt Akku anbelangt. Aber wir werden sehen, wo das Ganze landet. Weiter geht es mit Spotify. Die haben ihre Desktop und den Webplayer, also die Desktop-App und den Webplayer überarbeitet. General überholt, wie man so schön sagt. Und das wird jetzt nach und nach ausgerollt. Wer es also noch nicht hat, keine Angst, das Ganze wird wie bei vielen solchen Services, im kleinen Schritten an gewisse Nutzer nach und nach ausgerollt. Jetzt sieht man besser und mehr, mein zumindest Spotify, man sieht vereinfacht Zugriff oder man hat einen vereinfachten Zugriff auf besonders beliebte Inhalte von sich selber und von anderen. Also somit hat Spotify noch mehr die Macht, etwas hoch zu jubeln und das andere vergessen zu lassen oder auszublenden. Und auch sonst, Playlist-Kontrolle wurde überarbeitet und so weiter und so fort. Wenn es interessiert, Link auf daily.geektalk.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens. Dann gibt es Neuigkeiten von Microsoft. Die haben eine Funktion, welche es schon länger in den Apps auf iOS und Android gab, aber auch im Web, jetzt auch auf Windows in die App eingeführt. Und das ist die Antwortfunktion, also die Antwortvorschlägefunktion. Wenn man da eine Antwort gibt oder eine Mail beantworten möchte, bringt einem Microsoft so vorgefertigte Antworten. Von einem Smiley über einen Daumen hoch geht es hoch bis zu zwei, drei Wörter und auch ein bisschen mehr. Das Ganze macht Microsoft schon seit 2018 im Web und immer mehr lernt sie natürlich da von den Nutzern, die das umsetzen und die jeweiligen Vorschläge auswählen und verbessert sich damit auch. Funktioniert relativ gut. Also ich schreibe gerne längere Mails, deshalb nutze ich es sehr selten. Aber das, was ich da jeweils sehe, ist nicht unbedingt die verkehrte Weg. Dann gibt es Neuigkeiten von einer Universität, von der ich jetzt gerade nicht mehr weiss, wie sie heisst und es auf die Schnelle auch nicht sehe. Da hat eine Mitarbeiterin im Einkauf immer wieder mal das eine oder andere MacBook mir bestellt und dann abgezweigt und später dann auch mit ihrem Bruder zusammen verkauft. Über sieben Jahre lang ging das Ganze und sie hatten insgesamt 2,3 Millionen Dollar erwirtschaftet darüber. Jetzt kommt das Ganze vor Gericht. Es wurde, wie gesagt, nach sieben Jahren endlich rausgefunden und zur Anklage gebracht. Das kann der Dame jetzt relativ teuer zu stehen kommen, nicht in Währungseinheiten, kostet nur irgendwie 250.000 Dollar, was man als Strafe zahlen muss. Aber es kann bis zu zehn Jahren Haft geben. Zu Recht, logischerweise. Dann hat Qualcomm einen neuen Snapdragon Prozessor vorgestellt, der 780G 5G. Für all diejenigen, die sich nicht so mit beschäftigen, was jetzt da für ein Prozessor drin ist und was nicht. Und ob 780 jetzt das höchste aller Gefühle ist. Nein, ist es nicht. Flaggschiff-Modelle haben die 800er Serie drin. Das hier ist so, dass, also die 700er Reihe ist so das, was man ein Zwischenstück zwischen Energieeffizienz, Performance und auch preislich, wo das Ganze noch sinnvoll macht. Und wird eingesetzt, vor allem bei eben Mid-Range-Geräten. Samsung setzt die gerne ein. Und wer hat da noch, gute Frage, habe es jetzt gerade nicht im Kopf, aber ein paar Hersteller haben die eben in ihren mittleren Geräten drin. Die Gea-Version, die jetzt eben neu rausgekommen ist, sind für kleine und mittlere Games optimiert. Zu guter Letzt haben wir noch ein bisschen was im Bereich Gaming auch schon diese Woche im Thema gehabt. Google Stadia arbeitet im Hintergrund an Neuerungen. Und zwar kommen jetzt die Touchscreen-Bedienmöglichkeiten zu den Spielen. Und so wie es ausschaut, auch eine Android-TV-App. Wir dürfen gespannt bleiben und schauen, wann das nächste Update kommt. Das war es dann auch schon mit den Neuigkeiten für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen was mitnehmen können. Euch noch einen schönen Freitag. Und wenn ihr dann Haar frei habt, geniesst das Wochenende. Das Wetter ist, glaube ich, dunkel draussen. Ich glaube, gut. Also zumindest wärmer als auch schon. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.